Also, bist du bereit, mir ein paar Erkenntnisse aus deiner Feldforschung mitzuteilen? Gerne. Deine Arbeit scheint wichtig zu sein. Prima. Danke dir. Du hast bestimmt beobachtet, was mit Infizierten nach der Mutation passiert. Sie werden stärker, schneller und wendiger. Bist du schon dem Typ begegnet, der höher als alle anderen springt? Das ist wohl eine Todesfee. Ja, das haben zumindest meine Forschungen ergeben. Interessant dabei ist, dass sie relativ schwach zu sein scheinen und wenn ihr Angriff das Ziel verfehlt, ziehen sie sich in der Regel zurück. Ich habe eine neue Art Infizierter beobachtet, die sich erstaunlicherweise stark von den anderen unterscheidet. Sie meidet Menschen. Ich weiß, wie das klingt, aber dir muss so etwas schon einmal begegnet sein. Wenn sie sich zurückzieht, hinterlässt sie Spuren. Weißt du, von welcher Art ich spreche? Es ist ein Flüchter, denke ich. Ja, das passt sozusagen. Danke. Die nächste Frage ist ein wenig komplizierter. Ich habe von einer Art Infizierter gehört, die ein seltsames Verhalten zeigt. Sie produziert einen giftigen Nebel um die anderen Monster herum. Manche Überlebenden glauben sogar, dass sie Tote wiederbelebt. Das ist natürlich Unsinn. Klingelt da was bei dir? Na, du sprichst über einen Wiedergänger. Genau die meine ich. Meiner Theorie zufolge hat sie ein spezielles Organ entwickelt, das diesen giftigen Nebel produziert. Es ist unglaublich, was die THV Genmod mit diesen Kreaturen gemacht hat. Furchterregend und faszinierend zugleich. Welche Art Infizierter, meinst du, hat das explosivste Temperament? Definitiv ein Selbstmörder. Richtig, ein Selbstmörder. Halte dich von denen lieber so fern wie möglich. Gut gemacht. Du hast mir wirklich geholfen. Als Zeichen meiner Wertschätzung habe ich eine Waffe für dich, die ich hergestellt habe, als ich noch ins Feld zog. Ich bin mir sicher, sie wird dir von größerem Nutzen sein als mir. Oh, und sieh dir das an. Ich habe vor einer Weile dieses Kartenspiel mit einigen der gefährlichsten Infizierten erstellt, damit die Leute Gefahren besser identifizieren können. Hier mein Favorit, der Unhold. Du kannst die Karten haben. Pass auf dich auf, Aiden. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Es gibt das alten werenft, Aiden. Bis bald. Bis bald.